Servus, Willkommen in einer neuen Gemüse-Runde. Seitdem geht es auf meinem Kanal. Wie man auch von euch geht, seid ihr euch gut. Schön, dass ihr reinzahlt. Mir gut, dass wir lachen. Aufgabe. Bis zum nächsten Mal. Mir geht es jetzt darum, dass wir jetzt die Handelskule beilfalten. Und wenn wir drei Jahre kriegen, denn das ist ein bisschen schwieriger. Aber wir müssen auch weiterkommen, deshalb. So geht es dann wieder an. So. Einer kommt selber noch in den Bock. Jetzt kommt gleich. Und jetzt nur geputzt kommt. Hier rein. So. Auch dann. So. Jetzt müssen wir mal wieder aufräumen. So. 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 Oh. Auch da. Bei den goldenen Trecken kann man ruhig mit so einer Minibike düsen, da braucht nix. Da kann man noch einen Sparenbutter rein, die Kleinen, und dann gebraucht man noch weniger. Wir waren ja plötzlich immer nur im Biom, wo es warm ist. Das spürt aber, ich müsste ruhig auch noch mal das Libium ziehen. So. Wir können uns aber auch nicht richtig aufheilen. So. 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 Ich mach was so, das ist einfach ein Schleißer reinbuddelt und irgendwann mach mal ein Zing. Deshalb habe ich die Lagerbauer auch nicht geliked am Kanal. So kann man relativ schnell was ich bin ein Zeug herein. Ich weiß nicht, dass ich das Video habe. Denn ich habe mich nicht gelesen. Ich habe mich nicht gelesen, dass ich mich nicht gelesen habe. Die Leiterung ist nicht gelesen. Das war ich nicht. Wie gesagt, hier können wir die Literistik aufhören, auf der Mittwochneid. So, und auf geht's, bumm. So. Jetzt fangen wir wieder in den Garten und gucken, wenn es für Nachbarstunden macht, dann kommen wir wieder. Er wollte euch nochmal sagen, wie man mit einem Schlüssel machen kann. So. Weil er sehr wichtig ist, immer darauf achten, dass man relativ schnell und wach wieder rauskommt. So. 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 Da denken wir buddeln wieder weiter, ist zu mittig, 3,5 Meter. Wir haben das Werkstatt eingebunden und haben die Stimmungen entdeckt. Und das Traube ist die Trainer. Schuss Das ist gut Sein Sohn ergeht, denn das müssen wir so machen, so. Ja, komm her, ich darf hier nicht weg. Ja komm, du hast guter Befrüßung gehen. Ja, ich habe mir jetzt auch die Bude durch. Ja. 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 Das ist immer mal was Reingehen und Längen. Ich mache ihn nur auf den Platz für den Fluchtflug. Der hat den Fluchtflug. Der hat den Fluchtflug. Sehr gut. Ich habe gerade auch ein bisschen gescheitert, dass ich normalerweise auch immer raus verhalten müsste. Also wie ihr wisst, dass es auch nicht gleich ist, wie man das angeht. Ich habe auch ein bisschen gescheitert, aber ich habe auch ein bisschen gescheitert. Ich habe auch ein bisschen gescheitert. Ich habe auch ein bisschen gescheitert, aber ich habe auch ein bisschen gescheitert. Ich habe auch ein bisschen gescheitert. Okay. So kann man sich relativ gut eingrenzen. Ich habe versucht, immer mit einer Trampel zu schaffen, wenn die dann auch in die Zombies kamen. Ja. Flucht. Selbstverständlich. Das ist schon sehr lustig. Das ist ganz gut, aber es geht besser. Jetzt machen wir noch ein klein. Ein klein. Ein klein. Ein klein. Erstmal. Erstmal. Ah, das ist gut. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Ich muss sagen, wenn ich noch einmal einen Kursen für Kuhle Und dann nochmals unser Ding Ich muss sagen, dass ich es nie mehr so gut Ich muss sagen, dass ich es nicht mehr so gut Ich hoffe, ich bin auch gerne mit dem Modell. Ich hoffe, ich bin auch gerne mit dem Modell. Ich hoffe, ich habe meistens Glück mit den Schumpfen, mit dem Modell. Ich hoffe, ich bin auch gerne mit dem Modell. Ich bin auch gerne mit dem Modell. Ich hoffe, ich bin auch gerne mit dem Modell. Ich hoffe, ich bin auch gerne mit dem Modell. Ich bin auch gerne mit dem Modell. Ich bin auch gerne mit dem Modell. Ich hoffe, ich bin auch gerne mit dem Modell. 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 Vorne gucken muss ich sogar noch an, wo die ist genau. Und da gleich ein Pöderstück, du kommst jetzt ins Große und wir müssen jetzt auch nachdenken. Mist, den Flieger mal vergessen, wir werden kaufen. Na geil, einmal ein bisschen vor Ort. So, das war jetzt mal wieder. Wir haben ja eine dabei. War mal der, da ist sie. Ja, sehr gut. Wir haben einfach noch voll viel vergessen zu verkaufen. Das ging auch kurz rein. So. 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 So gut, habe ich es vergessen. So. 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 Ich werde mich nicht mehr auf dem Weg bringen. Ich werde mich nicht mehr auf dem Weg bringen. Okay. So, dann können wir auf dem Rückweg gleich mal die Öl drüber fahren, auch sehr gut, dann nehmen wir auch halt mit. Ach, dann hätte ich auf dem Rückweg den Schlägen sollen, ja, dann dauern wir auch mal ganz schnell. Sorry, 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 I'm good. Ja, 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 ja. Das ist ein Wunderbarer, das ist ein Wunderbarer. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge genau hier. Wenn meine Videos gefallen haben, dann lassen wir ein Like da, ein Kommentar. Am besten ihr abonniert und aktiviert die Türke. Dann verpasst ihr, ob ihr meine Zeit nie wieder werdet. Na gut, ich mich. Vielleicht können die Grundschule gar nichts vergessen. Aber halt für mich, ihr arbeitet ein Problem. Dann bleibt mir nur noch lang. Bleibt gesund, passt auf, passt auf und wir sehen uns. Ciao.